Guten Abend, es spielt für Sie zum Auftakt die Ulmer Band Hechtdagsmusik. Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg, der Krieg, er ist nicht tot, er schlägt nur. Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg, der Krieg, er ist nicht tot, er schlägt nur. Er sitzt da im Hinterhof und wartet, wartet auf dich, auf mich, er ist nicht tot, der Krieg. Er ist nicht tot, der Krieg, er ist nicht tot, er ist nicht tot, er ist nicht tot. Musik Der Krieg, er ist nicht tot, er schlägt nur Er hat sich sehr gut versteckt und wartet, wartet In mir, in mir, er ist nicht tot, er blieb Der Krieg, er ist nicht tot, er schlägt nur Er hat sich sehr gut versteckt und wartet, wartet In mir, in dir, er ist nicht tot, er schlägt nur Er hat sich sehr gut versteckt und wartet, wartet Ja, danke Vielen Dank Okay Es ging spazieren vor dem Tor Ein Kohlpechraben schwarzer Moor Und die Angst vorm schwarzen Mann fängt schon in der Kindheit an Ich hör's noch heut wie ein Gebet Mit Fremde schwätzt man häufig mit Er ist vielleicht im Himmelreich, sind die Menschen alle gleich Nicht nur schwarz oder weiß Nicht nur schwarz oder weiß Wir sind alle kunderschieden Doch ein Herz, das schlägt in jedem Und das Blut ist immer rot Nicht nur schwarz oder weiß Auch uns liebe Juden Christen Sie beten doch an einem Zellendorch Die große Anze der dumme Hass Ja, auch so'n bisschen ist verlass Und die Retter möchte ich hören, wenn's ein Ehrensteller wär' Nicht nur schwarz oder weiß Wir sind alle kunderschieden Doch ein Herz, das schlägt in jedem Und das Blut ist immer rot Nicht nur schwarz oder weiß Ob uns liebe Juden Christen Ob im Osten oder Westen Es bleibt derselbe Gott Und die so eifrig demonstrieren Sollen die Gedanken ruhig riskieren Dies werden ihre Kinder hungern und wehren Nicht nur schwarz oder weiß Wir sind alle kunderschieden Doch ein Herz, das schlägt in jedem Und das Blut ist immer rot Nicht nur schwarz oder weiß Ob uns liebe Juden Christen Sie beten doch an einem Zellendorch Nicht nur schwarz oder weiß Die Haut hat viele Farben Nur die einen haben Narben Und die anderen scher'n es nicht Schwarz oder weiß Was ist besser, was ist schlechter Wer rennt sich da zum Richter über die Welt? Nein. Dankeschön. Ja. Unser nächstes Lied Mit dem möchten wir unsere Solidarität mit allen FridaysForFuture-Demonstranten kundtun und auch mit den ParentsForFuture und GrandparentsForFuture Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft klaut. Ihr habt uns gezeugt, ihr habt uns ernährt. Irgendwas läuft, gar verdammt verkehrt. Ihr macht Scheiß und zu welchem Preis? Ohne Schmelzen ab, Atemluft wird knapp. Faule Kompromisse nutzt ihr Überschüsse. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft klaut. Kaisers neue Kleider, höher, schneller, weiter. Schöner, schlauer, reicher, die Birne, die wird weicher. Konsumieren, konsumieren und haben einen Verstand verlieren. Lebenslang acht Stunden tag, als Kind schon rein ins Hamsterrad. Wissenschaft, Wissenschaft nur wenn sie Profite macht. Wissenschaft, Wissenschaft nur wenn sie Profite macht. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft klaut. Das alte Märchen plötzlich war, vom Kaiser ohne Kleider. Ihr wollt es nicht wissen, was steht ihr da? Von den Kids, wie geht's jetzt weiter? Ihr sagt doch immer, dass ihr uns liebt und dass es für euch nichts Besseres gibt. Dann nützt doch die Chance, ihr Väter und Mütter. Rentner, Lehrer, Banker. Es ist eure Zukunft, unsere auch. Und wir hören mit eurem Tod nicht auf. Dann nützt doch die Chance, ihr Väter und Mütter. Rentner, Lehrer, Banker. Es ist eure Zukunft, unsere auch. Und wir hören mit eurem Tod nicht auf. Die Macht liegt bei euch. Komm, haut endlich rein. Denn wir haben sie nicht. Wir können nur schreien. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft klaut. Applaus Auch von uns Applaus. Festtagsmusik aus Ulm. Das sind Waldraub an einem Akkordeon und Pferflöte. Marion Gitarre, Hans Gitarre, der Stax am Bass und singen können sie alle. Applaus Mitunter scherzhaft werden sie als die Haus- und Hofkapelle des Widerstands tituliert. Singen und spielen sie mal ernst, mal heiter in fetziger Folk-Manier. Von dem, was sie bewegt und umtreibt. Wahnsinn, Witz und Widerstand. Ich finde, damit passen sie ganz gut zu uns. Lebendige, handgemachte Musik mit Standpunkt. Wir dürfen Ihnen im Verlauf des Abends noch einmal lauschen. Guten Abend. Mein Name ist Michael Becker von Kern21 aus dem Remstal. Ich darf Sie ganz herzlich zur 465. Montagsdemo begrüßen. Heute berichtet Eberhard Link von der Robin Wood Aktion anlässlich der Hauptversammlung von Heidelberger Zement vorletzte Woche in Wiesloch. Und Dr. Ingenieur Hans-Jörg Jäkel von den Ingenieuren 22 informiert uns über die Planungsversuche, die Katastrophalen bei der Bahn rund um unser Zurckheim, den Abstellbahnhof und anderswo. Gutes Konzept statt Notlösung für das 21er ist seine Rede. Oben bleiben. Nachher zum Schluss der Kundgebung führt uns der Demozug entlang der Königstraße, rechte Seite der Baumallee, bis zur Mahnwache, wo dann die Demo mit dem Schwabenstreich endet. Begrüßen Sie bitte mit mir zusammen die Radler vom Feuersee. Sind Sie schon da? Toll. Gestern hatten die Radler einen tollen Tag, da war nicht nur das Wetter besser, zumindest bis abends, sondern bei einem vom ADFC organisierten Sternfahrt, konnten die Radfahrer im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, wie es ist, wenn man sich in einer Stadt bewegt, die nicht nur dem Auto gehört. Besonders die Radler, die auf der B14 den Neckar queren konnten, hatten Grund zur Freude. Ist es doch im Alltag weit beschwerlicher, mit dem Rad in die Stadt zu fahren, denn vor fast drei Jahren wurde wegen Stuttgart 21 der Holzsteg über den Neckar abgerissen. Und es wird wohl laut Zeitungsberichten der Stuttgarter Zeitung noch über zwei Jahre dauern, bis an dieser Stelle ein neuer Weg über den Neckar gezogen wird. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was für ein Geschrei losgegangen wäre, wenn wir den Straßenverkehr an der König-Kahl-Brücke für fünf Jahre umgeleitet hätten. Erinnern Sie sich noch an Bahnchef Rüdiger Grube? Ja, mir scheint, der eine oder andere, die eine oder andere kennt ihn noch und nicht in guter Erinnerung. Es scheint so, dass nach seinem millionenschweren Abgang bei der Bahn im Januar 2017, da wurde er zunächst Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hamburger Hafen- und Logistik AG, sowie Chairman der Investmentbank Lasar in Deutschland. Nun war aktuell im Handelsblatt zu lesen, dass er auch den Posten des Aufsichtsratsvorsitzendes beim Lokomotivenhersteller Bombardier Transportation übernimmt. Um sicher zu gehen, dass es sich nicht um Fake-Use oder einen Alpbaum handelt, musste ich mich da mal in die Wacke kneifen. Es schmerzt, aber es ist wahr, ich zitiere aus dem Handelsblatt vom 17.05. Grubes Engagement für Bombardier ist nicht ohne Brisanz, denn der kanadische Zugbauer steckt gerade in einer schwierigen Umbau- und Sanierungsphase. Allein in Deutschland werden mehrere tausend Arbeitsplätze abgebaut, in der Lokomotivindustrie, wo man sie eigentlich bräuchte. Zudem gab es zu Grubes Zeiten bei der DB immer wieder Ärger mit dem Lieferanten-Bombardier, weil Fristen nicht eingehalten wurden oder es technische Probleme mit den Neufahrzeugen gab. Auch aktuell liegt Bombardier mit der Deutschen Bahn über Kreuz. Grund dafür sind die Verzögerungen mit der Güterzug-Lokomotive der Baureihe 187. Zitat Ende. Hoffentlich ist es nicht auch das Ende von Bombardier, wenn da Grube auch sich als Vorsitzender ist. Eben stand er noch an der Kamera, um mit seiner Dokumentation der Montagsdemo auch die Menschen in entlegenen Landesteilen die Teilnahme an unserer Demo zu ermöglichen. Nun steht er hoffentlich hinter mir auf der Bühne, um von der Aktion gegen den Klimakiller Beton zu berichten. Robin Wutz und mehrere Umweltorganisationen haben anlässlich der Aktionärsversammlung von Heidelberg Zement in Wiesloch Donnerstag vor einer Woche Protestaktionen gemacht. Mit dabei waren auch 17 Stuttgart 21 Gegnerinnen und haben die Robin-Wood-Aktion vor Ort unterstützt. Warum gerade Heidelberg Zement? 8% der weltweiten CO2-Emissionen werden durch Zement verursacht. Und Heidelberg Zement steht als Zementhersteller auf Platz 2 der Weltmarktführer. Eine entlarvende Aussage des Konzernchefs Scheiferle. Er sah nach der Trump-Wahl sogleich eine Gelegenheit, am Bau der Mexiko-Grenzmauer Geld zu verdienen. Er sagte, bei einer Mexiko-Mauer wären wir in Texas und Arizona nicht schlecht bedient. Skropelloser geht es kaum noch. Ein Bauvorhaben, das für Menschen noch schädlicher ist als Stuttgart 21. Und Heidelberg Zement liefert auch den Beton für Stuttgart 21 und gehört damit zu den Profiteuren der Zerstörung unseres Parks und unserer Stadt. Bei den Protesten, bei der Aktionärsversammlung war auch die Organisation Watch Indonesia dabei. Sie hat vor allem gegen deren Tochterfirma Indoor Zement protestiert, die in ganz großem Stil im Kendengebirge in Indonesien Zement herstellen will. Die Menschen, die dort seit Generationen leben, sollen dafür vertrieben werden. Die Bäuerin und Aktivistin Gunati hat an Watch Indonesia für diese Aktionärsversammlung einen Brief geschrieben, der übersetzt und dort verlesen wurde. Gunati lebt als Bäuerin am Kendeng Karstgebirg in Java. Sie gehört zu der indigenen Gruppe der Säkulur Zeckep, die seit Generationen von der Landwirtschaft leben und die diese nachhaltig betreiben. Seit 2010, dem Jahr in dem das Tochterunternehmen von Heidelberg Zement, Indoor Zement, Pläne für die Errichtung einer Zementfabrik startete, leisten die Säkulur Seacap gemeinsam mit vielen weiteren Anwohnerinnen energischen und konsequent gewaltfreien Widerstand. Ich lese euch jetzt den leicht gekürzten Brief von Gunati vor. Liebe Brüder und Schwestern in Deutschland, ich sende euch achtungsvolle Grüße. Mögen wir alle innerlich und äußerlich gesund bleiben, wo auch immer wir uns aufhalten. Wir dürfen niemals vergessen, dass wir ohne Mutter Erde nicht leben können. Jeder von uns braucht was, das was uns schenkt. Wir brauchen Wasser, brauchen Nahrung, Gesundheit und einen Ort zum Leben und Frieden. Deshalb lasst uns die Erde auf friedliche Weise beschützen. Lasst uns die Erde schützen, denn wenn wir sie verletzen, wird sie wütend werden. Überall können wir die Folgen beobachten, wenn Unternehmen nicht aufhören, die Erde so massiv auszubeuten. Wir sind Zeugen der globalen Erwärmung. Wir sehen zu, wie die Pole schmelzen. Und ihr, die ihr angeblich so schlau seid, dank eurer Bildung, ihr müsstet doch wissen, dass die Zerstörung des Kendengen-Gebirges auf Java Folgen für uns alle hat. Wessen Verantwortung ist das? Die von Unternehmen oder von Politikern? Ich frage Sie als Aktionärinnen und Aktionäre, haben Sie überhaupt noch Gefühle? Wenn Sie noch Gefühle haben, wenn Sie noch ein Erinnerungsvermögen haben, müsste Ihnen doch klar sein, dass Sie zum Leben Essen und Trinken brauchen. Keinen Zement, keinen Sand und auch keine Kohle. Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit all Ihrer Bildung und all Ihrem Geld einen falschen Weg einschlagen? Einen gierigen und grausamen Weg? Einen Weg, der nur vom Streben nach materiellen Dingen bestimmt ist? Nach materiellen Dingen, die nicht wirklich nahrhaft sind? Und merken Sie überhaupt nicht, dass Ihr Geld irgendwann nicht mehr von Bedeutung sein wird? Was Sie wirklich brauchen, ist doch nicht mehr als Essen und Trinken, nicht mehr als saubere Luft, sauberes Wasser und eine saubere Umwelt. Meine Freunde und Freundinnen, die Mutter Erde schützen wollen, gebt nicht auf, werdet nicht müde. Erinnert die Menschen, die schnell vergessen und die von Geld trunken sind und die überall auf der Welt noch mehr Fabriken bauen wollen. Wir müssen weiter in Bewegung sein, um Mutter Erde zu schützen. Wir müssen die Aktionärinnen und Aktionäre erinnern. Ich sende Euch Grüße. Wir sind eine Familie. Ich wünsche uns allen Kraft, um für Mutter Erde zu kämpfen. Für uns, für unsere Kinder und für unsere Enkeln. Salam, Kedding, Lestari. Danke, Gornati, für diesen zu Herzen gehenden Brief. Und danke Euch allen hier auf dem Platz für Euren beharrlichen Widerstand. Oben bleiben! Ich bedanke mich ganz herzlich bei Eberhard Link von Robin Butz dafür, dass er diese Aktion so toll geplant hat. Ich war selber mit dabei, wir sind mit dem Zug hingefahren und sind an den Kongresszentrum, den Aufsichtsräten und den Aktionären ordentlich aufs Dach gestiegen. Im wahrsten Sinne. Auch im zukünftigen Rosenstein-Quartier soll es viel Beton geben. Zu den jüngst vorgestellten Plänen aus dem Wettbewerb hat das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 eine Presseerklärung veröffentlicht, aus der ich hier Teilen zitieren möchte. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 setzt sich grundsätzlicher mit der Entwicklung auseinander. Die immer noch nicht aufgegebene Idee einer Bebauung des Gleisvorfeldes sei klima- und verkehrspolitisch aus der Zeit gefallen. So heißt es in der Pressemitteilung. Dafür, dass die Kreativität vieler Architekten hier abgerufen worden sei, das stellt eine Verschwendung von Ressourcen dar, die die Stadt dringend an anderer Stelle benötigt. Zum Beispiel, wenn es um das Mietwohnungsproblem und die weiterhin ungelösten Fragen der Klima- und Umweltbelastung in der Stadt geht. Großflächige Bodenversiedlungen und großvolumige Bebauungen in der Frischluftschneise Stuttgarts würden die mikroklimatische Belastung der Stadt verschärfen und zu weiterer Erderwärmung beitragen. Die Zerstörung der hocheffizienten Bahninfrastruktur des Gleisvorfeldes verbauert der Stadt jegliche Chancen auf Verdoppelung des Fahrgastaufkommens, was ja auch erklärtes Ziel der Bundesregierung und der Bahn eigentlich selber ist. Auch beteiligungspolitisch spreche der Rosenstein-Wettbewerb allem Hohen als Lehre aus dem Streit aus S21, weil von Beteiligung kann man da ja eigentlich nicht reden. Grund, bei einem Abschied von S21 sei es schnellmöglich die Baulogistik freizuräumen und dort könnten auf dem C-Areal sofort 1000 Wohnungen ermöglicht werden. Stuttgart 21 blockiert es nach wie vor. Für gerechte verkehrspolitische Verhältnisse und Auswege aus der Autoregion gibt es gleich eine Veranstaltung um 19 Uhr im Welthaus im globalen Klassenzimmer mit Wolfgang Höpfner und Sabine Leidig. Und nun erwärmt unsere Herzen wieder die Ulmer Festtagsmusik. Applaus Gäste 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 Auf dem Weg in die Stadt, auf der schönen Promenade zeichnen Dank, ja der Kram wollte gerade erst an. Schlafe Haare, alte Jagd, Pappkarton und ein Sack, mit dem Warnwoll seine ganzen Sachen trinkt. Er bleibt stehen, schaut mich an, weiß nicht wo er hingehört, und seine Augen, die stellen mir die Frage. Wann geht der Himmel auch für mich wieder auf? Wann geht der Himmel wieder auf? Wann scheint die Sonne wieder? Sind wir denn nicht Schwestern und Brüder? Wann geht der Himmel wieder auf? Auf dem Weg in die Stadt, auf der schönen Promenade, wurde mir klar, wir haben viel zu lang gewartet. Überall die Nazi-Sprüche, nackte Angst hat mich erwischt, wir haben viel zu lang das Maul nicht aufgemacht. Braune Wolke überm Land, gestern David, heute das Land, und alle stellen uns dieselbe Frage. Wann geht der Himmel auch für mich wieder auf? Wann geht der Himmel wieder auf? Wann scheint die Sonne wieder? Sind wir denn nicht Schwestern und Brüder? Wann geht der Himmel wieder auf? Wann geht der Himmel wieder auf? Wann geht der Himmel wieder auf? Wann scheint die Sonne wieder? Wann scheint die Sonne wieder? Sind wir denn nicht Schwestern und Brüder? Wann geht der Himmel wieder auf? Wann ist Schwestern und Brüder? Wann geht der Himmel wieder auf? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo Freunde des Widerstands. Aufgrund der aktuellen Entwicklung muss ich euch kurz berichten, weil in der Zeitung nicht alles ganz richtig stand. Wer es heute Morgen aufgeschlagen hat, hat gesehen, Kerner Straße 30 wird total abgerissen. Ich als Miteigentümer in Kerner Straße 32 war natürlich etwas schockiert, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, ich bin gut informiert. Nun, wenn man den Artikel genau liest, sieht man, es geht lediglich um diesen zusätzlichen Zwischenbau zwischen der Kerner Straße 30 und der Schützenstraße 14, der durch die Hebungsinjektionen zerstört wurde. Heute steht da drin, das ist der Bau des Tunnels, aber diese Zerstörung hat ja schon vor Monaten angefangen und ist in den letzten Tagen etwas gravierender geworden. Nun, in der Tat wird demnächst ein Kran aufgestellt, das Dach wird abgedeckt und dieser Zwischenbau wird abgebrochen. Wie es dann wieder aufgebaut wird, das muss noch die Eigentümerin mit der Bahn klären. Sie ist natürlich jetzt gewissermaßen sehr stark beunruhigt, was mit ihrem Haus passiert. Dazu muss man wissen, dass es nicht nur der Zwischenbau ist, sondern dass die Rückwand des Gebäudes Kerner Straße 30 ebenfalls Risse aufweist, die nichts mit diesem Zwischenbau zu tun haben. Und zu behaupten, dass das sachlich nicht gut aufgebaut wurde nach dem Krieg, als in der Tat man relativ schnell versucht hat, Wohnraum zu schaffen, trifft nicht ganz zu. Denn Kerner Straße 30 ist nur die Spitze des Schadenseisberges. Wenn man nun auf die andere Seite geht, da sind lauter Neubauten, das ist die Kerner Straße 47, 49 und die Werastraße 33. Dort sind ebenfalls vom Erdgeschoss bis in die oberen Geschosse durchgehend kleine Risse festgestellt worden. Und die Eigentümer haben sich da bereits gemeldet, die Bahn hat da entsprechend Aufnahmen gemacht. Wie das dann saniert wird, ist noch nicht geklärt. Und hier haben wir nun als Netzwerk eine wichtige Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen, dass nicht jeder Eigentümer, auch Eigentümer von Eigentumswohnungen, einzeln über den Tisch gezogen wird. Wir haben nun beantragt, dass man endlich eine weitere Informationsveranstaltung macht, wo man die Bürger darüber aufklärt, warum seit Monaten täglich, Samstag und Sonntag eingeschlossen, der Messtrupp im Kerner Viertel unterwegs ist, um die Bewegungen der Gebäude zu beobachten und festzustellen. Das macht keinen guten Eindruck auf die Verlässlichkeit dieses Projektes, wenn man wirklich täglich überprüfen muss, wie bewegt sich der Untergrund, wie bewegen sich die Gebäude. Und deshalb ist es wichtig, dass hier weiterhin eine kritische Begleitung stattfindet. Und das werden wir von den Netzwerken machen. Denn wir wollen, auch wenn dieses unsägliche Projekt zu Ende geführt werden sollte, als Baumaßnahme, trotzdem alle oben bleiben. Aber wer weiß, was passiert, wenn die Röhren fertig sind? Was passiert, wenn sie endlich die nächsten Milliarden ausgegeben haben, um die Röhren auszubauen? Und wenn dann die Züge fahren, was gibt es für Erschütterungen, in speziell im Kerner Viertel, um da Langzeitschäden zu verursachen? Hier werden wir wohl noch sehr lange wachsam sein müssen und darauf hinweisen, wie unsäglich dieses Projekt ist. Ich bitte Sie uns weiterhin, so wie heute, zu unterstützen. Und wir wollen alle oben bleiben. Dankeschön für die Zeit. Das ist doch mal ein Thema für eine Rede auf der Montagsdemo. Montagabend schlafen gelegt, Dienstag in der Zeitung. Großer Artikel, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Für die Kamera hier mal drauf gehalten. Und die herrische Überschrift. Bahn bereitet Notlösung für Stuttgart 21 vor. Also, besser könnten wir es ja auch nicht formulieren und fordern von der Bahn. So was geht inzwischen durch die Stuttgarter Zeitung Zensur. Die Stuttgarter Nachrichten haben etwas abgeschwächt geschrieben. Notlösung für Abstellbahnhof. Aber letztendlich ist es fast das Gleiche. Ich möchte es nur noch etwas deutlicher machen und verschärfen. S21 bringt die Bahn in Not. Als Lösung bietet sich der Umstieg 21 an. Was ist jetzt mit dem Abstellbahnhof? Die Bahn hat jetzt glücklicherweise ihren vierten Antrag, also nicht irgendwelche Planänderungen, sondern den vierten Antrag eingereicht. Alles andere wurde zurückgezogen. Die alten Anträge. Das würde schon interessant sein, das alles sich anzuschauen. Aber lassen wir es mal bei der Nummer 4. Das kennen wir doch auch. Bei den Filtern oben gibt es das Gleiche. Und irgendwie über den Rückbau-Gleisvorfeld redet keiner mehr. Alles sind B-Anträge. 1,3a auf den Filtern. 1,3b die Goi-Bahn-Zuführung. Der Abstellbahnhof. 1,6b. Das sind alles die Sachen, wo die Bahn es schleifen lässt. Aber wie lassen Sie das schleifen? Neun Jahre sind jetzt mit dem Bau vergangen. Die Kosten explodieren. Die Termine laufen auf den Rudern. Und es gibt noch nicht mal einen Plan ansatzweise für einen Abstellbahnhof. Das ist ganz wichtig für einen Großstadtbahnhof. Und wenn man das vergleicht mit Hamburg, wo eine Autoverladung nicht richtig geplant war und dann das Gericht gesagt hat, der Planfeststellungsbeschluss ist unrechtmäßig, Diebsteig-Altona dürfen nicht gebaut werden. Das war offenbar der Bahn ganz recht. Aber hier in Stuttgart sehen das die Bahn, die Politik und die Gerichte ganz anders. Sie lassen es einfach laufen und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, Sie wollen es auch gar nicht. Wähler 1,3b noch 1,6b. Denn es gab ja mal einen Bahnchef, ihr kennt alle noch den Herrn Dr. Grube. Er kann ja nicht nur komische Sachen sagen, sondern er hat auch mal postuliert, nach einigen Erfahrungen, Großprojekte sollen nur dann begonnen werden, wenn sie komplett durchgeplant und genehmigt sind. Da hatte man in Stuttgart 21 ja schon begonnen. Aber dieser Ansatz ist ja durchaus richtig. Aber jetzt zu sagen, wenn wir mal begonnen haben, dann brauchen wir uns um die fehlenden Planungen gar nicht mehr zu kümmern. Also das ist schon eine eigenartige Logik bei der Bahn. Aber, wir haben es ja in der Zeitung gelesen, für die fehlenden Teile gibt es dann bestimmt irgendeine Notlösung. Bei dem Abstellbahnhof in der Planung kann man dann lesen, dieser Abstellbahnhof oder Abstellmöglichkeiten in Nähe des Hauptbahnhofes sind zwingend erforderlich. Das steht dort wörtlich drin als Planrechtfertigung. Aber was macht der Herr Läger? Wir haben Frühling und ihr kennt das alles mit den Kuckuckseiern. In schönster Umsetzung seines Namens legt er der Bahn ein Kuckucksei ins Nest und behauptet, das Projekt Stuttgart 21 kann auch ohne Abstellbahnhof in Betrieb geben. Ja, was denn nun? Entweder steht in der eingereichten Planung, der Abstellbahnhof ist zwingend erforderlich oder es geht auch ohne. Zwingend heißt eigentlich, dass der Herr Läger, die Linke gesagt, einem Irrtum unterlegen ist. Er hat gehauptet beim Lenkungstreis, er hätte auch einen Plan B. Und das würde heißen, dass die Abstellungen nicht nur 5 km vom Hauptbahnhof entfernt in Untertürkheim stattfinden, sondern vielleicht 20 oder 50, böse Zungen sagen schon auch, vielleicht in Ulm, das wären dann 90 km, dass dort die Züge, die tagsüber nicht gebraucht werden und nachmittags wieder aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof hinaus in die Region fahren sollen, dass die halt dort abgestellt werden. Aber wir sagen ganz eindeutig, wir wollen keinen Plan B und wir wollen keine Kuckuckseier, sondern wir wollen eine richtige Lösung und die ist gut und einfach, nämlich der Abstellbahnhof im Rosenstein. Der ist sicher nicht in der jetzigen Größe erforderlich, da kann man einiges dem Park zuschlagen, aber wir haben einen Abstellbahnhof, der funktioniert und der funktioniert zusammen mit dem Hauptbahnhof oben. Die Züge, die hier beginnen, kommen vom Abstellbahnhof eine kurze Verbindung, die Enden gehen auch mit einer kurzen Verbindung in den Abstellbahnhof. Sie können natürlich auch nicht nur in den Abstellbahnhof fahren, Sie können wenden, die Richtung wechseln, eine ganz andere Durchbindung anfahren. So, und wenn wir den Hauptbahnhof haben, der Hauptbahnhof ist verbunden über Feuerbach, über Cannstatt mit der Region und die Gäubahn bindet ihn nach Süden an. Und wenn die S-Bahn wirklich in die Mittagsstraße abgesenkt wird, dann könnte man die Gäubahn ohne Probleme auch wieder durchgängig zweigleisig an unseren Kopfbahnhof anbinden. Das wäre überhaupt kein Problem. Ja, und mit diesem Abstellbahnhof und Hauptbahnhof dann schauen wir wieder nach Unterthürkheim. Quasi dort unterhalb der Weinberge wäre eine sehr große Fläche, fast unmittelbar nach Verlegung weniger Gleise für den Städtebau frei. Es geht um eine Fläche anderthalb Kilometer, etwas mehr noch lang und fast 100 Meter breit. Die wäre verfügbar für eine internationale Bauausstellung 27. Man könnte die Augsburger Straße oder der Durchgangsverkehr von der Augsburger Straße könnte weg, direkt neben die Bahngleise 16A, also die durchgehenden Gleise nach Kornwestheim und die fast 100 Meter, also etwa 80 Meter sind es, könnten städtebaulich sofort entwickelt werden. Sie könnten auch verrechnet werden, geldmäßig zwischen Bahn und Stadt, gegen eine Rückübertragung der Gleisflächen im Vorfeld für den Hauptbahnhof, denn es macht nicht sehr viel Sinn, dass die Stadt Stuttgart den Bahnhof besitzt, aber halt die Bahn fährt. So, aber jetzt noch ein paar Sätze sind es in der Planauslegung, sie ist in der Eberhardstraße, also hier hinten im Stadtplanungsamt, einsehbar, vielleicht organisieren wir auch mal einen Termin für Leute, die das interessiert, bis zum 12. Juni, im Netz ist es auch verfügbar, auf den Seiten des Regierungspräsidiums und die Einsprüche können bis zum 12. August formuliert werden, also eine recht lange Frist und ich denke, da wird es auch noch Anregungen von den Ingenieuren und von den Stadtteilgruppen geben. Worum geht es denn dann mit der Planung? Die Zufahrt aus Bad Cannstatt soll wieder jetzt nach neuster Planung nicht mehr entfallen, sondern sie soll zweigleisig durchgeführt werden und wo hat man da Platz? Über der jetzigen S-Bahn S1 und S2. Man will also ein Tunnelgebirge errichten in der Ausfahrt Cannstatt über der jetzigen S1 zum Neckarpark und da drüber Gleise zum Abstellbadhof legen. Nach dem Desaster am Flughafen, wo die Bahn gleich mal erklärt, ein Jahr fährt da kein Zug mehr, könnt ihr euch alle überlegen, wie lange dann auch kein Zug mehr auf der S1-Linie zum Neckarpark fährt. Unzu mutbar, aber keiner sagt was dazu. Es soll eine Außenreinigung für die Fernzüge geben. Außenreinigung heißt Waschanlage. Die ist zwar ganz gut geplant und einiges steht drin, aber sie kommt immerhin in die Kernzone des Heilquellenschutzgebietes. Also auch da sollte man nochmal sehr genau hinschauen, ob die Schutzvorkehrungen in Ordnung sind. Die Innenreinigung, man kann es jetzt hier sehen, in welchen Bedingungen wir beim Regen arbeiten müssen oder demonstrieren müssen. Andere Leute müssen dann dort arbeiten. Die Innenreinigung ist ein einfacher Bahnsteig. Er hat zwar ein Dach oben drüber, aber das Technikgebäude für die Innenreinigung ist weit mehr als 100 Meter weg. Also wer mal ein Putzmittel vergessen hat, der muss nochmal zurück. Und da gibt es an diesem Bahnsteig gerade mal ein paar Anschlüsse für Drückluft und Strom. Das ist aber auch aus meiner Sicht sehr knapp dimensioniert. Die Gleise sind etwas eigenartig verlegt. Also normalerweise heißt es immer, man muss leise gestreckt verlegen. Aber so ähnlich wie das hier, das ist natürlich kein Plan. Das hat man einfach in Ulm so gebaut. Die Fahrzeugabstellung in Ulm, zickzack durch die Kreuzungsweichen durch. Aber genau diesen Plan hat man einfach kopiert. Offenbar war das den Leuten inzwischen mit dem Rechner ganz einfach machbar. Und so soll auch unter Türkeim dann angebunden werden. Also das ist eigenartig. Und genau so eigenartig ist das, dass das jetzt der erste Planfeststellungsantrag ist, der keine Unterschriften mehr von DBTSU, also kein Projektleiter und dem beteiligten Ingenieurbüro trägt. Das wäre laut Regierungspräsidium rechtlich einfach nicht vorgesehen. So, da kann man sich drüber vorärgern, aber man kann es auch sein lassen. So, das waren einige technische Gründe. Und wir haben ja auch einige Unterstützung. Wenn man die Zeitung liest, denkt man, es gibt nur diese Unterstützung von den Eidechsen bekommen. Und wenn wir vielleicht ein bisschen weniger geworden sind, dann sind es die Eidechsen umso mehr geworden. Denn ich leide der Gag an der Seite, um in Untertürkheim die Eidechsen zu zählen, hat man dort alle Birken und das Gebüsch gefällt. Ja, ganz so frevelhaft war das nicht. Das ist einfach, der Güterbahnhof wurde nicht mehr benutzt. Und wenn dann keine Züge mehr abgestellt werden, die Gleise nicht mehr instand gehalten werden, dann wächst das halt und sind so etwa drei, vier Meter hohe Birken. Und die hat man alle entfernt, damit man die Eidechsen drunter zählen kann. Und da hat man festgestellt, ungefähr sind es 2.000. Und dann hat man aber nichts gemacht. Und die Eidechsen fanden das jetzt aber ganz toll, dass der Schatten von den Birken weg war. Und haben gedacht, unsere Kinder finden das ja auch ganz toll. Manche haben dann gesagt, es sind 6.000. Jetzt steht in der Zeitung drin 4.500. Aber jedenfalls haben dort unsere Unterstützer ordentlich zugelegt. Super, krass. So, meine Botschaft an euch heute ist einfach. Wenn wir den Abstellbahnhof in Untertürkheim stoppen, dann haben wir gute Chancen, dass der Abstellbahnhof in Rosenstein und der Hauptbahnhof erhalten bleiben. Und das sollte uns das Ziel sein. Dafür sollten wir uns einsetzen. Wir haben mit diesem Erhalt Stuttgart Hauptbahnhof oben und Abstellbahnhof Rosenstein. Ein sehr gutes Konzept und nicht eine Notlösung, wie es der Herr Leger vorschlägt. Und diese Lösung ist so einfach, dass in Abwandlung eines starken Textes wir nicht mehr sagen müssen, die berühmten drei Worte, sondern nur noch die berühmten zwei Worte. Die Lösung heißt, oben bleiben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dr. Diplom-Ingenieur Hans Jäckel von den Ingenieuren 22. Vielen Dank auch für Ihre Geduld, bei den Wegen hier zu stehen. Nun wird uns der Demo-Zug die Königsstraße runter bis zur Mahnwache führen. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und die zwei Worte, oben bleiben. Und die drei Worte. Und die drei Worte. Und die drei Worte. Vielen Dank.